Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch auf Nombani mit Goros, Goro Tracer. Ich hab keinen E-Mod. Weiß nicht, ich hab fast alle Legi-Skins von ihm, aber kein einziges E-Mod. Ich hab auch keinen E-Mode für den und auch nicht für Tracer. Tracer ist auch nicht, den hab ich so selten gespielt und jetzt hab ich gedacht, komm jetzt spielst du mal Tracer. Ich will nur mit meinen Nüssen werfen. Kenn ich. Jo, ich bin wieder die Erste, die tot ist. Die Widow mag dich. Ist das Genji? Au. Wir haben zwei Supporter, warum bin ich Supporter? Weiß ich nicht. Drei haben wir. Ja, jetzt bin ich ein Hanzo. Weißt du, wenn du random gewesen wärst, boah Alter, jetzt Hanzo in der Situation, ist das wirklich nicht möglich? Nee, Hanzos verfluch ich eigentlich nicht. Und Widows? Hm, auch nicht mehr. Dafür gibt's zu viele momentan, die gut sind. Ich lass die Leute, außer im Rank, da bin ich immer noch so. Hm? Ist das jetzt ein Troll? Das war ein Quick Play. Oh, die Widow. Nee, es war gar nicht die Widow, das war die Mercy, die ich ausgesungen geheadshotted habe. Mercy ist down, ja. Die Widow ist auch down. Tut. Komm, der Winston hat auch nichts mehr. Sehr gut. Hey Widow. Ach, Widow sag ich schon. Merci. Hey Widow. Ping, 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 ping. War ich dir geradezu geguckt? Jetzt haben sie auch einen Anzug. Die schubst mich immer rund. Winston hat doch nichts mehr. Natürlich. Okay, ich nehme das zurück mit nichts mehr haben. Der Winston lebt. Aua. Der Wolf war völlig falsch. Der Wolf hat doch richtig was gerissen, alle. Nee. Ich habe nur gehofft, dass die da alle lang kommen, aber da ist keiner lang gekommen. Oh, Diva. Der Mech hat ja drei Sekunden gehalten. Wieso ist der Winston bis hier hingekommen? Warum lebt er denn noch? Ja, weil er sein Schild hatte. Warte, warte, warte. Ich schmeiße dir das Ding hier hin. Oh, geil. Oh, oh. Oh, danke. Yeah, Bronze in Heilen. Nur deswegen wollte er das da hinwerfen. Oh, verraten. Das ist... Das ist... Gut. Fuck, 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 fuck. Okay, komm. Yo. Ich kämpfe gegen zwei Tanks. Ja, da hast du keine Chance. Ach. Wollte nur sagen, also. Falls du dachtest, du hättest eine Chance. Was ist denn los hier? Ach. Was, hier habe ich? Hanso habe ich? Na gut, dann sind die Stärksten ja weg jetzt. Winston hat nochmal einen gekriegt. Kriegt noch einen. Und kriegt noch einen. Ach, schade. Der Schild von Zaya hat ihn so gerettet. Komm, der Hanso hat doch eigentlich nichts mehr. Ach, der Hanso ist ja. Der Winston. Oh, geil. Oh, nicht geil. Sind sie alle auf dem Punkt gerade? Ja, ja, ja. Oh, pass auf. Fuck, fuck, fuck. Geh auf den Punkt. Oh, oh. Nein, der Hanso. Nein, der Millimeter. Der Hanso hat das gerettet. Ich habe den nicht kommen sehen. Da hat er echt noch die Punkteinnahme gerettet. Wir sind alle auf dem Punkt. Komm, ich habe so gut gespielt mit Hanso. Ich habe so viele Kills gemacht. Ich treff die Ferwerne. Oh, die Ferwerne hat nichts mehr. Mach den Affen. Wie kann der Affe denn noch leben? Ja, der Affe hat verkackt. Der Affe ist weit weggegangen. Da hatte ich schon keinen kleinen Körtel wieder drin in der Hose. Kleinen Körtel, ja. Ja, ja, Winston ist zu weit vom... Das war ihm so blöd. Muri hat gesagt, das darf nicht so lange. Nee, der Affe, das war ihm zu schmähvoll. Er hat sich gedacht, oh nee, das tut mir nicht an. Ich war so blöd. Boah, Farah, ich hasse dich. Oh, das war der feindliche Beat. Das war der feindliche Beat. Ich treffe Farah nur, wenn sie ein Schild drauf hat, weißt du? Das ist auch unglaublich. Ja, ich auch gerade. Das ist nicht gut. Wow, Lucio. Die hast du jetzt aber gekriegt, oder? Die... Die Mercy habe ich gekriegt. Was ist da? Die Farah nicht, leider. Die ist leider gerade entkommen. McCree. Ist weg. Lebst du noch? Ja, ich heil mich gerade. Oh, die haben eine Symmetra. Ja, die verwarb mich erwischt. Aber unser Genji macht gerade. Ich war überrascht wegen der Symmetra. Jo, 10 Meter. Wo war die denn? Im Haus plötzlich drin. Ich habe meine Ulti. Ah, das ist der, der neu nachgejoint ist. Ja. Ich habe meine Ulti. Ich habe meine Ulti. Danke. Das sind wenige Fallen, ey. Zaya ist hier hinten. Zaya lebt immer noch. Sie versteckt sich hier. Jetzt geht es. Danke schön. Sie muss hier aus hinten. Sie muss von so einer Kugel treffen. Pass auf, Symmetra kommt glaube ich links. Sie ist nicht gerade da reingelatscht. Ja, sie kommt von da. Sie kommt immer noch. Die macht einfach viel, 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 viel zu viel Schaden. Ja, ist halt. So unendlich viel Schaden. Das ist so. Nice. Fuck. Die Pharah fuckt mich immer ab. Dabei habe ich die Symmetra direkt wieder aus dem Game genommen, als sie rauskommt. Ich habe einen Eisflock im Kopf stehen. Ich habe immer eine Rakete im Brustkorb hängen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich weiß auch nicht, ey. Eingefroren zu werden und dann zu sehen, wie... Wenn du eingefroren bist, merkst du wenigstens mehr, weißt du? Wie Mei so langsam das Ding auflädt. Oh nein. Oh, die Mei. Mach man schon wieder. Weißt du, Mei freut mich ein, Pharah gibt mir die Rakete im Kopf. Was ist denn das? New Matter. Die haben aber keine Mercy mehr, ne? Ne. Das war scheinbar der richtige Switch. Ich habe meine Ultien, 20 Prozent wieder. Ich habe sie in 10. Sie met was oben. Die will von hinten kommen, oder? Ich habe meine Ulti... Das ist schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe gerade meine Ulti gemacht. Und dann kommt der scheiß Assi Lucio, Alter. Es ist so unfair in dem Scheiß-Drecks-Spiel. Ehrlich mal. Wer denkt sich denn so eine scheiße Ausbau-Blizzard? Bist du überhaupt noch da? Ich habe gerade nur Kills gemacht. Tut mir leid. Null Kills? Zwei. Und warum schieben wir das Ding nicht? Ach so. Ja, es erklärt natürlich einiges. Ja, ich bin gerade angegriffen. Es tut mir leid, Mann. Farrah hat mir den Arsch gerettet. Ich bin eingefroren. Fuck, fuck! Sieben Sekunden. Yo, Eiswand. Farrah, Alter. Farrah ist immer mein Erzfeind. Egal, ob mit Rautog oder mit... Also, ja. Dafür bin ich ja eigentlich da, aber es ist... Yo. Und dann kommt eine Mail gegen dich. Ja, eben. Jetzt ist der Lucio geboostet. Okay, das kann ja nur gut werden. Jo, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Jo, tot. Wieder ein Eisflock im Kopf. Ich raste, ich raste, ich raste. Aus! Ach, scheiße. GG. Das ist so ein Scheißdring. Und die Zaya hätte ich sogar gekriegt. Nein, die war nämlich down. Mit einem Schuss. Ja, der Snurb war gut. War das nicht der Soldier, der gescheitete? Das stimmt. Das war der Soldier, der gescheitete. Cheatet auch als Genji. Ist so. Doppelkill. Ich hab viel bessere Kills gemacht. Ich hab auch saubere Headshots gemacht, auf jeden Fall. Na, der Snurb. Elf Kills mit Drachenklinge. Ist klar. Kann man mal machen, ne? Die Gegner liefen. Versteh ich nicht. Versteh ich auch nicht. Ich würd sagen... Ah, ne. Mach ich noch eine Runde, ne? Ist ja noch nicht. Ne, ich kann auch so... Wir können auch kurze Runden machen. Kurze Runden, genau. Jetzt willst du ne kurze machen. Machen wir jetzt ne kurze. Kriegen wir ne neue Merk. Ja, gut. Na, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.